Video Tagebuch Eintragung, persönlich in der Tour Kamerastilo Eine Invention von Jean-Luc Godard Et moi justifié d'utiliser CGB comme un Kamerastilo Donc, j'utilise ce moyen technique Avec la participation d'une idée de M. Jean-Luc Godard Alors, merci Jean-Luc Que tu as inventé Le Kamerastilo Moi, je suis maintenant en train De pouvoir utiliser Ce Kamerastilo que tu as inventé Avec ton esprit Ta sagesse Am Lagerfeuer mit Jean-Luc Godard Am Lagerfeuer mit Jean-Luc Godard Tacheles Fill den Strom aus Teil Wenn es soweit ist, ja Die sechsen einfach dann irgendwie so den Namen Und die Betreiber Und aber dieselben Leute Die nach wie vor seit Jahrzehnten Milliarden an Geld anholfen Die Geldsumme In einem möglichen Währung Das ist ein reicherisches System Die erinnern sich an kein Deut mehr an die Wurzeln Und wenn Im Sommer gibt es vorher beten Ich bin doch nicht bescheuert Ich bin im 21. Jahrhundert Ich will doch keinen feudalistischen Handspeck Es humpelt alles Das ist Feudalismus Egal was DDR oder BRD heißt In meiner künstlerischen Christlichkeit habe ich nur eine Möglichkeit Hier so einen Strandurlaub einer baltischen Christe zu inszenieren Mitten am Friedrichshain Wo Hansweiler und Enkel seine Stadtsmöbel hinzaubert Genau wie von dem neuen Schlachtschiff der Bourgeoisie Unter vieler Vorahnung Genau da in der Demokratie heute ist Das befand sich auch schon mal in der Friedrichstraße In einer der teuersten In wahrscheinlich Der teuersten Gegend dieser Stadt Das sich nichts unterscheidet von anderen Städten In Europa Es geht um High Class Es geht um super hohe Preise Es geht um Apartheid Er schaut die Zuckschau Unangenehme Wahrheiten Fiese Worte Untertitelt Schönes 2007 Schönes 2007 Ok Jan Für diese Liedsatzung ist eigentlich nur ein Lied aus deiner Sandung Hier das mal ran Jumane 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 Der Saft aus der Dose Jumane 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 Aber jetzt kommt der Hammer her Es ist nicht nur der Saft aus der Steckdose Mit den dazu genannten Ähh Sachen Weiß man Ich hab hier auch ein wenig Der sterbende Schwan Voila Ich lass das mal irgendwie so Sehen Das ist der sterbende Schwan Ich muss ihn in blau machen Ok Jetzt gewischt schon das Lied irgendwie so Ich setz dann immer ein Wenn ich singe Running Running Das ist das aus der Dose So Sieh so Leute Daun an einem Schiff Das ist auch ein Schiff So Wenn in Dänemark jemanden mit dem Arm abfliegt Weil er nicht mal einen chinesischen Silvesterböller abfeuern kann Dann tut mir das wirklich leid für die dänischen Hausbesetzter Ja Und das hier ist Ein schönes Schiff Und äh Die Dänen können auch nichts dafür Das ist Borgen Baudet zum Beispiel Ein berühmter Comic Zeichner aus den Staaten Der zeichnet immer diese grünen Menschen mit den großen Nasen und den Zylindern Borgen Baudet heißt der Comic Zeichner Da drüben ist das nächste Objekt was hier verschleudert wird Nach dem Park Gut Und äh Ich bin jetzt unterwegs zu dem Dänischen Supermarkt Der immer brutto mit netto verwechselt Und tauscht eine Flasche um Mecklenburgischen Apfelsaft So bleibt die Frage Lunt sie oder doch Wo alle Kinder haben kommen sie auf die Gedanken die Schule mal zu renovieren Das war die Zukunft Eure kleinen und großbürgerlichen Träume könnt ihr euch in den Arsch schieben Ich mache Filme für Menschen die sich auch denken können Zugshow Berlin 2006 Guckt mehr Der Traum ist künstlich Guckt mehr Guckt mehr bau Bubble Beautiful Ein weiteres goal Aus Ja, 2006 war der wärmste November seit Beginn der Wetteraufzeichnung in diesem Land. Die Starre sind zum Teil hier geblieben dieses Jahr. Na fort, Abrodi! So, ein, zwei Worte zu Schröders Hegensatz 2010. Guten Appetit! Super! Ja, ach, noch mal. Los, noch mal. Okay. Supi. Und jetzt hierher. Vorsicht, da kommt so ein Schnauzbatträger. Ah, das liegt auch noch an dich. So, noch einmal rekapitulieren. Der Coca-Cola-Sarg von Coca-Cola für Max Schmeling. Eine fabelhafte Idee für den Boxsport im 21. Jahrhundert mit Hulk Hogan, dem größten Loser dieses Jahrtausends. Das sieht nicht aus wie ein Flugzeug. Nein, es sieht nicht aus wie ein Schiff. Nein, es sieht aus wie eine Urne. Das ist Boxsport. John Connery, mach's gut. Das ist, wenn ich jetzt aus wie ein Schiff. Und wie ein Schiff. Ich bin der Ausgang. Das ist nicht aus wie ein Schiff. Ich bin der Ausgang. Als ich ein Schiff. Und wie ein Schiff. Déjà-vu. Wenn es jetzt den Krauts nur gelänge, nicht den amerikanischen Römern zu vertrauen, sondern den amerikanischen Griechen, dann ist es möglich, dass Europa in Zukunft eine Friedensschaft macht ist und keine Konkurrenz oder Gleichstellung zu den amerikanischen und ehemals sowjetischen Kriegsapparaten. Peace. The Zugshow Berlin. Friedensschaffen ohne Waffeln. Hans-Weiß Enkel und Karmann. Pininfarina. Ich glaube kaum, dass das irgendwie so irgendeinem von den Wallerben gelingt, diese Stadtmöbel irgendwie schöner zu machen. Das sind Stadtmöbel. Verhöckert. Block Schock. Vipschaukel Scheife. Verkauft. Verschenkt habt ihr. Verkauft. Verkauft. I always go on the sunny side because of Jean-Luc Godard and his Nouvelle Vague companions. because the Nouvelle Vague invented together with Monsieur Jean-François Truffaut and Jean-Luc Godard the camera stylo which he utilises in this moment I use in this moment the GVC 100 zoom from 92 which is an exactly invention interpreted by the idea of a camera stylo which is definitely a French invention. Thank you. Thank you. Jean-Luc and François Truccio Perlin Tartrof Kreuter Tartrof 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 Nouvelle Vague Tartrof 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 Lof Mal, nochmal. Das ist alles vorgeplant. Ja, und ich schätze mal, die Nachrichten haben diesen Typen auch den Rest gegeben. Es war eine gute Idee, nochmal diese Chichas oder Wasserpfeifen, wie sie heißen, zu kaufen. Aber aufgrund der Zeitungsnachrichten, dass Wasserpfeifen noch wesentlich teurer sind als Filterzigaretten, ist natürlich prima als vierte. Aber es gab ungefähr seit zwei, drei Wochen irgendwie so unglaubliche Zeitungsannoncen darüber, dass Wasserpfeifen ziemlich hart sind. Und das ist natürlich auch schwierig für die Krankenkassen in den Ländern, in denen Wasserpfeife bis heute nach dem Essen geraucht wird. Tja, soll man ja sagen, dass die Ärzte nicht so auf der ganzen Welt praktizieren, Menschen helfen in Not und so eine Art Krankenkassensystem fordern. Sogar in manchen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika, von dem wir eins sind, Zugshow. Ich brauche ein Postfach mit der Nummer, aber hier gibt es nicht über tausend Postfälle. Ich brauche ein Postfach mit einer Nummer, die mehr als bereichstellig ist. Hier gibt es kein Postfach mit einer Nummer, das mehr als dreistellig ist. Auch hier habe ich kein Glück, es gibt hier nur 860 Postfächer. Und eins davon ist geöffnet, nämlich die 0108. Und dann pack ich jetzt mal die Kamera rein. So, und so ist das auch auf den Menschen. Und jetzt, wo ein Typ ist, wird eine Post. Und diese Post, die man bekommt, ist für einen persönlich. Der Postbote ist ein Trausmensch und die Post ist ein Privatkonzern. Und dieser Privatkonzern, den hat man zum Teil. Und dieser Privatkonzern ist natürlich ein fantastisches Beispiel dafür, wie die Post abgehen kann. Und da das Mann bis zur europäischen Post ist es nur ein ganz kleines Blitz. Und weil die Menschen auf der Welt die Krauts lieben für ihre sensible Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und ihre funktionierende Arbeitsweise, dafür werden sie die Post auf der ganzen Welt vergolden. Wenn die Angestellten dieses kleinen Imperiums, ironischerweise gesagt, tatsächlich sich zusammenpacken und die Aktien übernehmen, kann das nur gut sein für eine europäische Gesamtpost, die in etwa so funktionieren könnte, wie die deutsche Post immer gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob man überhaupt noch so viele wertvolle Dinge braucht. Weiter im Tag. Das wollte ich, danke, Kamera. Das wollte ich haben. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Videograf. Ich liebe mich selbst. Ich bin... Das ist eine Ausstellung, die handelt von mir. Die läuft noch zwei Tage in dieser Stadt. Zwei Tage in dieser Stadt. Zur gleichen Zeit ist heute der letzte Tag der Beatles-Fotograf-Ausstellung in der Oranienstraße. Die Oranienstraße befindet sich in Kreuzberg. Die Blattentirma der Beatles, eine wunderbare Firma. Odeon. Im Anschluss hatten sie ihr eigenes Label, das hieß dann Apple. Und heute heißt es... Kauft euch Lars! Das neue Beatles-Album mit der Frisur von Angela Merkel. Das neue Titel-Almögen. Die Mögens von der Stadt in Europa. Die Zwei Monate in Berlin. Die Kapitel von Allemanz. Hibbidi hop over the hill Cross Wir sind im 21. Jahrhundert Wer da noch nicht auf Pfeife raufen und umgestiegen ist, hat es nicht kapiert Oh, meine Papageien Noch mal zurückspulen. Habt ihr doch gehört? Das könnt ihr, ne? Sehr gut RTL, Radio und Tele Luxemburg hat eine Filmproduktion gemacht Dies Angriff auf Berlin Mittels Molotow-Cocktails, Motorrollern und halbverhungerten Junkie-Autonomen Der Film wird in 3D gezeigt Der Urheber war ein gewisser Herr Hitchcock Ich bin in der Nähringsstraße Ich gehe jetzt von hier zum groben Unfug geben Einen der wenigen Comicläden, die es in Berlin hat Danke für das Licht Und zwar ist das ein Zeitungsmensch Und ich hatte in Charlottenburg in der Nähringsstraße, als das Sanierungsgebiet Charlottenburg Irgendwie so weit war Tatsächlich einen Flyer gemacht Mit dem berühmten Zeitungsjunge von Marcel Gottlieb Und das ist natürlich auch der Zeitungsjunge von Marcel Gottlieb Das ist Wilhelm Busch übrigens Und interessanterweise ist nur dieses Buch bekritzelt und sonst nichts So, und jetzt gehen wir zu meinem Lieblingsladen Das ist der grobe Unfug Den gibt es insgesamt zweimal in Berlin Vielleicht auch in Wuppertal und Dresden Ist mir auch völlig wurscht, wo es den sonst noch gibt Aber ich hoffe, dass Marcel Gottlieb da seinen vierjährigen Kalender auch noch drin hat So, diese Karren werden immer ekler Interessieren mich überhaupt nicht, weil die letztendlich überhaupt nichts kosten außer Steuern Ich sollte mal einen lenken hier irgendwie so So, da haben wir auch schon das goldene Kalb, weil darum geht es letztendlich irgendwie auch immer Das Goethe-Institut lasse ich jetzt mal außen vor Der Fernsehturm geht unter, weil das Internet natürlich dafür da ist, dass die Leute vom Fernseher wegkommen, ja Vom Sofa, vom Bett steht der Fernseher So, und hier ist Marcel Gottlieb Als Schülerzeitungsredakteur der Litwas-Säule, an der wir auch gleich vorbeikommen Hatte ich ursprünglich meinen Direkt verarscht Diese Geschichte habe ich euch schon mal erzählt Es geht noch weiter Er ist mein Hund Er ist ein Hund Er ist hin Allein Er ist zu dir www.databates.de Grün sparen www.databates.de We are living! 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 We are living!